Die perfekte Autolack-Reparatur mit dem intelligenten Spachtelsortiment von Presto und den Reparatursprays von DupliColor. Diesen Schaden wollen wir reparieren. Dazu wird die Schadenstelle zunächst von grobem Rost und Schmutz befreit. Vor der Weiterverarbeitung schleifen wir die Fläche gründlich ab und entfernen dabei lose Rost- und Lackteile. Für einen dauerhaften Schutz vor weiterem Rostbefall hilft die Presto Rostversiegeln. Diese streicht man mehrfach gut auf, um die Schadstelle zu versiegeln. Danach die umliegende Fläche mit Presto Abdeckband abkleben. Mit Presto Füllspachtel werden anschließend die unebenen Flächen ausgespachtelt und vorhandene Löcher gefüllt. Dazu entnimmt man eine entsprechende Menge Füllspachtel aus der Dose und mischt diese mit ca. 2-4% Härter ausgiebig durch. Die so angerührte Spachtelmasse nun mit einer Presto Kunststoffspachtel möglichst glatt auf die Oberfläche auftragen. Kleinere Unebenheiten werden mit Presto Feinspachtel in der gleichen Vorgehensweise bearbeitet. Dabei erhält man sofort eine lackierfähige Oberfläche. Nach ca. 20 Minuten überschüssige Spachtelmasse mit Presto Handschleifklotz und Schleifpapier P200 egalisieren. Bevor der Lackiervorgang startet, werden nun die nicht zu lackierenden Flächen am Fahrzeug großflächig mit Presto Abdeckband abgeklebt. Die nach dem Schleifen entstandenen offenen Poren werden mit dem Duplicolor Filler geschlossen. Hierzu die Dose ca. 3 Minuten gut schütteln, an nicht sichtbarer Stelle Probesprühen und in dünnen, gleichmäßigen Schichten auf die vorbereiteten Flächen auftragen. Für eine perfekte Haftung des nachfolgenden Lackaufbaus mit Nassschleifpapier P1000 anrauen und danach mit dem Duplicolor Haftgrund überlackieren. Nach einer Trocknungszeit von ca. 10 bis 15 Minuten wird nun die abschließende Lackierung mit Duplicolor Autocolor in mehreren dünnen Schichten aufgebracht. Bei Metallic Lacken unbedingt mit Duplicolor 2 Schicht Klarlack überlackieren. Bereits 24 Stunden später können Reste von Sprühnebel einfach wegpoliert werden und die reparierte Stelle sieht aus wie neu. Bereits 24 Stunden später können Reste von Sprühnebel einfach mal aufgelistet werden.